Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Wir sind hier im Grab von Ramses und stehen vor dieser Tür. Und in der werden wir jetzt hinein marschieren und schauen, was uns erwartet. Ein Tenkin! Hui! Was kann der? Ah ja. Kann das sein, dass der nix kann? Ach ja. Ja, aber irgendwie ist das jetzt nicht so infosant. Ich glaube, ich muss einfach nur aus den Strahlen hier raus. Ansonsten. Weiß ich nicht. Da haben wir schon mal den ersten. Okay, den zweiten. Und da oben ist dann der richtige. Die anderen waren nur so Spiegelbilder. Jetzt hör mal auf mit deinem Gewirbel hier. Ah ja, jetzt kommt das wieder. Kriegen wir Sonnenbrand oder was, wenn wir da drin stehen? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist kein Problem. Sein Zotteln da oben, ey. Das sieht ja voll widerlich aus. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ach, da können wir eigentlich hier stehen bleiben. Na, bleib stehen. Lass dich doch einfach mal töten. So. Aber diese Sonnenstrahlen scheinen überhaupt nicht hier oben hinzukommen. Das heißt, hier oben können wir den eigentlich in aller Seelenruhe töten. Außer, dass er uns mit Feuerbällen beschießt. Jetzt habe ich irgendwas ab. Jawohl. So. Ja, seht ihr? Die Strahlen kommen überhaupt nicht hier hin. Der Sandwirbel, der wird... Ja, der fügt uns ein wenig Schaden zu. Da können wir auch wieder Tränke nehmen. Haben ja genug von. So, einmal das. Und der Phantomschlag ist auch jetzt ab. Jawohl. Und das war's gleich für den. Ja, ziemlich unspektakulär. Ah ja, super. Jetzt hat er so ein paar Grabwächter beschwört. Als... Als wir nicht uns irgendwas anhaben könnten. So, da liegt auch schon der erste. Ach, nee. Na, komm schon. So, geht doch. Jawohl. Die brauchen wir, die Tafel. Und bam. Bitte, lass was drin sein. Nein. Nein. Ach, Mann. Ach, das ist unfair. Warum ist da kein blauer Gegenstand drin? Ach, Mann. Dein Gepäck ist voll. Ach, komm. Ich kann's nicht liegen lassen. So. Ich habe auch keine Lust, das aufzusehen. Egal, ich werde trotzdem verkaufen. Das Zeug mitnehmen. Vielleicht finden wir ja noch eine Truhe. Ähm, die wir jetzt noch nicht im Blick hatten. Na, komm. Sehr erfreut dich kennenzulernen. Ja. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. So, da haben wir die Tafel. Ich verkaufe das hier mal alles. Äh, weg damit. Blitzschaden. Na ja, wer's braucht. So, zack. Und. Äh, ja. Weg damit. Äh, ich glaub, den auch. Wobei, das war ziemlich guter Widerstand. Aber egal. So. Äh, Resistenz meine ich natürlich. Nun gut. Schauen wir mal, was hier sonst noch zu finden ist. Bevor wir in den dritten Akt abdüsen. Ähm. Ist hier keine königliche Truhe mehr. Das ist doch... Äh, das ist doch nicht fair. Ja. Hallo. Ach, Mann, ey. Der hat echt nichts fallen lassen. Egal, ich geh nach Memphis. Ich geh jetzt schmollen. So. Da hätt ich mal was getroppt. Was ist das denn? Das ärgert mich natürlich. Ach ja. Aber ich glaub, wir sind soweit hier durch. Wobei ich nicht weiß, ob wir hier nach Memphis müssen. Weil in Themen gab's ja auch noch eine versperrte Tür. Äh, ich glaub, hier müssen wir gar nicht durch. Ne, da müssen wir nach Themen. Da war noch eine versperrte Tür. Das könnte sein, dass wir dahin müssen. Vielleicht ist da Immotep ja auch dahin gereist. Ich teleportier mich mal schnell dahin. Und, äh, werde hier mein Glück versuchen, weiterzukommen. Ja, da unten sind noch Monster. Die lassen wir mal da sein. So was haben wir hier. Ist er ja. Ja, ich hab den Telekin besiegt. Lass mich durch. So. Wir haben Belohnung. Zepter der Ewigkeit. Ach so. Das ist aber... Ah ja. Ein Aufgabengegenstand natürlich. Aber wir haben zwei Fähigkeitenpunkte. Äh, das sind die hier, ne? Jawoll. Und dann würde ich sagen... stecke ich das hier rein. So. Da bauen wir unseren Phantomschlag erstmal aus. So, hier haben wir noch... Fahrt der Hatsche, Pshut. Ach ja, da war ja noch was. Wir müssen uns, glaube ich, noch zum Hafen hier schnetzeln. Oder irgendwie sowas. Bin mir... Äh, bin mir nicht mehr so sicher. Ach nee. Wir mussten in so ein Grab, wo wir den Stab reinstecken müssen. Und dann öffnet sich so ein Portal, oder? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Der dritte Akt, der spielt ja in, ähm... In China. Ne, in Asien. Sagen wir mal in Asien. Wobei, das ist ja auch die chinesische Mauer. Hm. Egal. In den asiatischen Raum. Und dürfen dann wieder gegen die Tigerviecher kämpfen. Die zumindest auf den normalen Schwierigkeitsgrad für die Ausrüstung, die man da hatte, ziemlich happig waren. Also die waren schon ziemlich schwer. Ähm. Ich nehme mir noch ein bisschen Erfahrung mit, wie man sieht. Ich denke, das ist okay. Wenn der schon nichts droppt, dann können wir uns einfach ein wenig dem XP-Pool bedienen. So. Ähm. Dann noch das. Jawohl. Und dann folgen wir weiter dem Pfad. Der uns hoffentlich in den dritten Akt führen wird. So. Ich glaube, hier ist schon der Tempel. Jawohl. Sieht gut aus. Du kannst natürlich noch die Gegend erkunden. Bei ja klaren Knochenhaufen kann nicht unbewacht irgendwo in der Gegend rumstehen. Da sind auf jeden Fall Viecher, die aus dem Boden kommen. Ähm. Das sind bestimmt nicht die einzigen. Genau. Hier sind noch mehr. Aber ich dachte eigentlich, dass die nah genug kommen. Und dass meine Zauber eigentlich alle abwehren. Aber, ähm... So kann man sich halt täuschen. Ne? Ja. Aber der fällt nicht um. Ich muss mal noch ein bisschen nachhelfen. Ich geh jetzt einfach hoch. Schnauze voll vor dem Wüstensand hier. So. Und von euch erst recht. Endlich neue Gegner. Da freue ich mich schon drauf. Und vor allem endlich, äh, ja, bessere neue Ausrüstungsgegenstände. Ja, man darf ja mal hoffen. So, ich geh jetzt einfach hier hoch. Da sind noch Kisten. Ja, die interessieren mich jetzt nicht so wirklich. Wenn ich ehrlich bin. Ich will in den dritten Akt. Ich will in den dritten Akt. Wobei, wie viel brauchen wir noch bis zum Level ab? Ja, das ist noch einiges. Ach ja, super. Ja, das war wieder super Mana-Verschwendung hier vom Feinsten. Jetzt sind natürlich alle Zauber weg. Mache ich erst mal hier die Giftbogen schützen. Die sind nicht so cool. Und da muss ich mich aber auch schon um die, um den dunklen Obelisken hier kümmern. So, einmal den noch hinterher geschmissen, damit ich hier ein bisschen meine Ruhe habe. Haha. Armschienen. Äh, ja, wir haben doch schon super Armschienen gefunden. Mist. Jetzt muss ich die gleich noch, äh, doch noch inspizieren und abwägen, was besser ist. Ähm. So, stirb. Äh, Amulett der Vitalität und eine Kiste. So, ich nehme das mal mit. Und schaue, was das ist. Hier, am, äh, sind die jetzt? Hier, mal gucken. Gaunertarnung, auch nicht schlecht. Ahaha, ahaha, ahaha. Ne, möchte ich nicht. Wobei, 35% Angriffsgeschwindigkeit, das ist schon cool. Ja, wobei, auf den anderen haben wir ja auch schon 28. Also so, boah. Ah, 7 mehr, ne? Aber, mir reicht das. Ich behalte das an, was ich jetzt habe. Achso, jetzt müssen wir hier noch rein. Natürlich sind hier noch Gegner. Ja, was aus sonst. So. Ihr seid keine Herausforderung für mich. Ich frage mich nur, ob hier noch ein Bossmonster am Ende des Ganges ist, bevor wir den Stab ins Loch schieben können, den wir von Immotep bekommen haben. So, schnell den Obeliskum platt machen, denn diese drei zusätzlichen Skelette, die kann ich echt nicht gebrauchen. Ja, super. Jetzt kommen ja die hier rausgeschissen aus den Körpern der einbalsamierten Toten. Oh, oh. Die setzen doch ein wenig zu. Vor allem diese Giftbogen schützen. Die sind doch relativ happig. So, die müssen wir schnell erledigen. So, das sollte es auch sein. Jetzt können wir wieder ein bisschen in Ruhe hier leveln. So. Nun gut. Das sind nur Tränke drin. Sehr cool. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Tränke wir jetzt eigentlich verbraucht haben. Aber wir haben ziemlich viele Gesundheitstränke, sehe ich gerade. Wir sollten vielleicht mal wieder ein paar verkaufen. Warte mal, ich mache den Obelisk hier noch. So, da ist er auch schon platt. Die Punkte haben sich also gelohnt in, ähm, ja, in dem Phantomschlag. Sonst haben wir die nicht mehr in einen Schlag geschafft. So, die machen wir fix. Und dann noch die Klingenfalle. Und dann geht es wieder ans Looten, bevor wir den nächsten Raum betreten, um es vom Bösen zu befreien. Falls auch was Böses ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind da auch lustige Elfen, die da im Kreis tanzen und uns beglückwünschen, dass wir es geschafft haben bis dahin. Äh, ja. Ich glaube aber eher weniger. So. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Hier sind diese Magier wieder. Die ich ja so liebe. So, die Wächter sind, die halten ganz schön was aus. Naja, sonst wären es ja wahrscheinlich auch keine Wächter, ne? Die müssen ja schon was aushalten. Ich meine, wenn man Türsteher mit einem Schlag ausknocken kann, ähm, dann passt das ja auch nicht zu einem Türsteher. Das heißt, das muss schon eine Kante sein. Oh Mann. Jetzt lass mich doch mal hier. So. Ganz schön viel Trubel um nichts. Ich hab doch eh schon euren Telkin hier besiegt. Braucht ja doch nicht nur angekrochen kommen und um den Gnadenstoß betteln. Naja, umso mächtiger werde ich. Kann ja alles nicht so verkehrt sein. So, okay. Das hätten wir jetzt ein ganz langer Gang nach unten. Das wird wahrscheinlich der finale Gang sein. Äh, ja gut. Naja, ist nicht. Hier sind noch jede Menge Käfer. Die sich vor der Sonne verstecken in diesem Grab hier. Ähm, geh ich einfach geradeaus. Ah, ja. So. Die Käferbande noch. Ha, schon wieder ein Außenpanzer. Wie viel droht denn von denen, ey? So. Schnell das Gold mitnehmen. Macht der überlebt. Macht aber nichts. So, die haben wir alle auf einen Streich. Zumindest die zwei da vorne. Okay, es sind nicht alle von den fünf. Aber immerhin zwei Fünftel. So. Äh, Gold. Gold, 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 Gold. Und hier geht's weiter runter. Ja, ich weiß aber noch Abzweigungen oben. Allerdings möchte ich einfach nur hier raus. Aus diesem Sandgebiet. Ich mag Wüsten in Spielen nicht. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ähm. Ich hab mehr Schneeregionen lieber. Und deswegen freue ich mich auch schon auf den, ähm, dritten Akt. Ich dachte schon, die Zauber werde ich ab. Das waren sie eigentlich auch nicht. Jetzt aber. Gut, hier haben wir noch eine Feuerfalle. Und noch schauen, ob da noch Gegner hier unten sind. Im Südosten. Äh, da haben wir auf jeden Fall noch Mechanik-Teile. Warte mal, da hatten wir noch vorhin welche. Ähm. Haben wir irgendwo Mechanik-Teile angefangen? Nein. Das heißt, wir müssen die wieder neu aufbauen. Äh. So, die Ringe haben doch hier eigentlich auch gar nichts verloren. So. Haben wir noch was zum Kombinieren? Ja, dieses Augenteil. Das haben wir schon einmal komplett. Ach, guck mal. Das können wir kombinieren. Äh. Bitte mal. Haben wir da noch welche? Ja. Haben wir. So. Dann hier ist nichts mehr. Und hier haben wir noch die erkrankten Gefieder. Die haben wir doch bestimmt auch noch irgendwo rumfliegen. Äh. Nein, haben wir nicht. Egal. Wir haben das noch kombinieren und das noch kombinieren. Und. Wo ist es denn jetzt hier? Das holen wir einfach mal hier rüber. Ach, das hat mir komplett. Ah, ja. So. Weiter im Text. Ihr lernt das einfach nicht. Naja. Oh. Zweimal epische Spektralmagie. Äh, Materie, ne? Nicht Magie. Äh, ja. Materie. So, da haben wir schon was von. Wo kann man da das drauf machen? Auf Amulette. 54 Energie in der Zug. Ah, 15%. Regeneration. Wenn ich das so richtig weiter frei interpretieren darf, ohne wirklich gelesen zu haben. Äh. Ja. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Gut, hier geht's weiter. Und, äh, nochmal. Ah, ja, natürlich. Der Sandspuk für's. Wie hätte es auch anders sein können. Noch ein Gegner, bevor wir diesen Akt verlassen können. So. Du brauchst auch deine Schergen gar nicht zu rufen. Die fallen da den Abgrund hinunter. Wie ein Haufen jämmerlicher, toter Sandspuke. So, den nochmal. Der ist ziemlich mächtig. Und, ach so, der ist noch gar nicht ab. Aber jetzt. Ach, ja, macht das Spaß. Wenn der Mantikor doch auch nur so einfach gehen würde. Schande über mein Haupt. Ach, jetzt hat er wieder seine Kumpan herbeigerufen. Weil sonst niemand mit ihm spielen würde. Muss der Abbilder von sich schaffen. Oder halt seinesgleichen beschwören. So, da ist er auch schon kaputt. Jawohl. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn man einfach dran stehen bleiben könnte. Und einen Bossgegner niederknüppeln könnte. So, zack, zack. Nein. Habt ihr gesehen? Die Rüstung ist da runtergefallen. Ich hoffe hier nicht. Bitte nicht. Ja gut. Das kann ruhig alles runterfallen. Das ist mir Wurst. Aber wenn das so ein blaues Item droht runterzufallen. Ah, das ist mir jetzt egal. Ich gehe weiter. Ah, warte mal. Jetzt haben wir den Stab eingesteckt. Jetzt könnte man doch eigentlich bestimmt was tragen. Okay, Irrtum. So, wir gehen durch das Portal. Nach Babylon. Yep. Juhu. Ja, das war's mit dem zweiten Akt, würde ich mal sagen. Ich quatsche schon mit dem. Bei Inanna. Ja, Inanna. Ja, genau. Äh. Gut. Verkaufen. Jetzt muss ich noch aufpassen, die blauen Armschienen nicht zu verkaufen. Äh, weg. Weg. Und das auch weg. Ähm. Das sind die hier. Die packe ich mal nach hier ganz hinten. So, dann können wir den Krempel hier verkaufen. Ähm. Die Ringe. Ja, soweit denke ich mal auch. Gut. Das war's. Wir sind im dritten Kapitel angelangt. Ähm. Ja. Da werden wir auch beim nächsten Mal wieder weitermachen. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Let's Play Titan Quest mit dem Add-On Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020